Ich kann das Tagebuch deutlich spüren. Als würde es nach mir rufen. Das Tagebuch der großen Feenmutter. Was? Wer ist da? Selina? Leben macht Spaß. Ja, das hatte schon was. Haben so vieles zusammen gemacht. Eine Schulfreundschaft. So magisch und schön. Haben unsere Träume gelebt. Unsere Herzen. Bum, 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 ho, 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 ho. Schlagen hoch und höher. Bum, 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 ho, 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 ho. Und seh ich dich, macht das Leben Spaß. Haben unsere Träume gelebt. Auf die Plätze, los. Selina, kann das wirklich wahr sein? Blum, hallo. Ist das schön, dich wiederzusehen. Was machst du denn hier? Es ist sehr gefährlich. Tja, also das ist eine lange Geschichte. Ich, ähm... Das ist die Sphinx. Schnell, Selina, wir müssen hier verschwinden. Sofort. Wir sind an diesem Ort nicht sicher. Ich kenne den Weg hier raus. Folge mir. Selina! Wo bist du? Oh! 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 Oh!